dann sage ich noch mal ganz herzlich willkommen an euch liebe zuschauerinnen und zuschauer hier bei der allem online konferenz und ein weiteres highlight steht jetzt an nämlich im kundenbericht kundenberichte sind ja immer ganz besonders interessant wenn man mal guckt durch schlüsselloch wie haben denn andere unternehmen die herausforderungen die wir auch haben gemeistert und es geht hier jetzt um die change management prozesse für die es vorhana implementierung bei enbw energie war das stichwort eben schon und da geht es von der fachlichen anforderung bis zur produktivsetzung die transparent und effizient umzusetzen und ich begrüße dann noch mal ganz herzlich meine beiden gäste miran nikola war beratungsleiterin alm bei oxando mira hallo 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 liebe zuschauer so und timo heß it service manager bei enbw herzlich willkommen auch von meiner seite timo super stell dich doch mal bitte ganz kurz vor timo was machst du da so genau bei enbw it service manager ist ja auch ein weites feld ja also ich betreue hauptsächlich den solution manager habt den solution manager auch davor schon bei der daimler ag betreut mehrere jahre und ja ich bin jetzt erst seit eineinhalb jahren dabei und quasi pünktlich zur charm einführung zur enbw gewechselt ja gutes timing da an der stelle dann mira nikola stelle ich bitte auch noch mal ganz kurz vor in zwei drei sätzen ich bin beraterin für application management mit schwerpunkt der change control management das management los uns dokumentation und it service management bin inzwischen 14 jahre bei oxando und darf mit einem super team hier arbeiten und freue mich heute auf den vortrag wir freuen uns auch timo so erste frage mal an dich und und vielleicht kannst du dir gar nicht beantworten wenn du so gar nicht noch gar nicht so lange dabei bist wie lange vor dem s4 hana projekt habt ihr euch denn so über die change management prozesse eigentlich gedanken gemacht weißt du dass ja also ich war da nicht mehr involviert aber ich habe mich natürlich schlau gemacht bei den lieben kollegen kolleginnen ja es war einfach so dass wir die challenge hatten wie viele andere unternehmen auch dass jede landschaft mal an ihr alter kommt ja dass man dann quasi auto support ist und die frage stellt sich dann jedem wie geht es weiter also was tun sprach soll sie wir hatten fünf erp systeme parallel im einsatz mit 300 gesellschaften und es gab dann ein vor projekt es ging dann ein ganzes jahr und hat sich dann dazu entschieden umzusteigen von r3 auf die s4 landschaft und wie schon erstmal so gestartet und das thema solution manager kam dann erst 20 21 ins gespräch ja so im späten frühjahr und sag mal von der idee bis wir dann den charm prozess eingeführt hatten verging eine zeit von neun monaten alles klar also dann sind wir ja schon mittendrin im thema timo vielen dank und ja mit mir zusammen habt ihr da glaube ich vortrag vorbereitet für uns dann würde ich sagen lauschen wir da mal ganz gespannt was ihr so zu berichten habt dass eurem projekt bis gleich wie gesagt ziel war es diese 300 gesellschaften wird integrieren in einer s4 landschaft dazu haben eigentlich drei toll drei roll in wellen geplant zwei sind schon abgeschlossen das heißt so circa 90 gesellschaften arbeiten jetzt schon mit dem neuen system und in der dritten welle machen wir dann big bang und dann werden alle restlichen gesellschaften dann auch integriert werden genau also die zahlen sprechen ja für sich also wir haben 120 entwickler davon auch sehr viele externe kollegen 180 projekt beteiligte ja ist sehr viel traffic drauf 8000 transporte für eine halbe tausend changes und wir arbeiten in streams nutzen hauptsächlich das tierer beziehungsweise des apps haben da 11 streams und ja sind da agil unterwegs ja jedes stream ist quasi ein eigenes agiles team und ja arbeiten hauptsächlich mit dem jira wo wir dann auch das ganze dokumentieren anforderungen ziel und den solution manager haben wir dann im einsatz sag mal für das transportwesen also wie kommt die entwicklung von a nach b wir haben gerade darüber gesprochen dass wir im jahr 21 dann hat es mit den diskussionen über den change control management prozess angefangen haben eigentlich sind wir viel viel früher mit dem sap solution manager team ins projekt eingestiegen das war im vorprojekt 2009 wo wir gerade mit einer heftigen diskussion gestartet sind brauchen wir denn überhaupt den sap solution manager für die transformation es hat viele workshops gedauert also viele viele workshops gedauert müssen wir dann hat uns angefangen es geht nicht ohne warum weil nbw hat sich ja für ein greenfield einsatz entschieden und dabei war das ziel auch auf die prozesse auf die geschäftsprozesse genauer zu schauen zu gucken wo kann man die verbessern wo kann man die neu gestalten das haben auch diese elf fachliche streams am anfang als aufgabe und aus diese streams sind dann entsprechend auch die prozesse herausgegangen die neu definiert wurden die neue prozessschritte und das alles musste ja irgendwo abgebildet werden excel war dann keine option dafür haben wir halt den sap solution manager mit der lösungsdokumentation genommen auch hier im hinblick auf das management an das management haben wir ja schon sehr früh im projekt gearbeitet und und daran auch da auch zeit investiert damit wir später für die große erzüglich des vor dem ersten go live und jetzt neulich vor dem zweiten auch ein gutes fundament haben mit genug testfälle mit schlange strukturen damit wir schnell und unkompliziert auch das plan und das paket aufbauen kann die man hat schon erwähnt am anfang war definitiv klar dass die meistens projektmitglieder in jira arbeiten würden und in jira gab es auch ein add-on das heißt c4 was für das management zuständig war dort wurden auch die testfälle als testschritte abgebildet und diese haben wir dann schon relativ früh im zwischen manager auch verlegen müssen damit wir eben im projekt des planen und das pakete erstellen können gleich bei der erste testphase haben wir aber gemerkt wir haben unser set-up viel zu komplex gemacht für die test war es viel zu anstrengend in zwei tools zu arbeiten das fälle in jira abwicklung vom testplan und das paket im sap solution manager und schon damals wurde die idee geboren sap solution manager mit mit jira zu verbinden das hat sich dann weiterentwickelt und wie gesagt kurz vor dem ersten go live also vor der erste vor dem ersten rollout auch change management ein thema wir haben damals haben wir wieder workshops gehabt und haben diskutiert brauchen wir tatsächlich den sap solution manager dafür oder reicht es uns wenn wir neue tiere haben das auch gut war wir brauchen den sap solution manager für unser change control prozess vor allem deswegen weil wir nach dem go live auf die gleiche landschaft betrieb und projektarbeit haben und in dieser konstellation ist eine sichere umgebung auf die produktion extrem wichtig darauf haben wir uns auch fokussiert und haben einen sehr schlanken prozess entwickelt den der auf der anderen seite von jira auskommt mit der antwort und mit der user story die dann richtung kassel person manager als request for change übertragen wird dort werden die changes abgewickelt und werden dann regelmäßige releases auch in die produktion eingespeist das ganze entschuldigung das ganze gingen wir natürlich mit einer schnittstelle zu jira dafür hat sich ein bewerbungsanwalt im link entschieden wo wir aus jira dann entsprechend die anforderungen übertragen haben und nach dem produktivgang haben wir dann wieder richtung jira gemeldet welche transportaufträge mit welchem release dann auch live gegangen sind das war das setup für den go live im februar 2020 später haben wir festgestellt es läuft ja gut und es gibt aber auch noch lücken im prozess nbw hat space id als zentrales servicetest tool wo alle changes in den landschaften dokumentiert werden und es war natürlich eine manuelle aufgabe für die change manager also die haben dann nach dem release nochmal in diesem tool ein change erfasst wo sie dokumentiert haben welche transportaufträge waren live gegangen sind und nötiger manuelle aufwand und in dem sinne wir haben ja alle informationen es ist eben srp solution manager deswegen haben wir auch eine schnittstelle richtung bei seite implementiert und jetzt ende des jahres ist noch sr devops dazugekommen für die mobile anteile der entwicklung die auch eine verbindung mit der s4 hana landschaft brauchen und deswegen haben wir die box and well and link auch die sr devops task an den change prozess angewunden auf die andere seite haben wir weiterhin auch in das management optimierung vorgenommen ich habe ja das setup erklärt wir hatten diese geteilte welten jira mit testfälle und srp solution manager mit testpläne und testpakete und dort haben wir uns dann entschieden alle testfälle aus jira ins srp solution manager zu übertragen in das tool focus bild oder besser gesagt in den testtab designer und haben heute mit dem setup haben wir auch in der letzten akzeptungstestphase getestet haben alles an einem ort im srp solution manager in der lösungsdokumentation mit dem testtab designer und kann dann den jazz management prozess auch vollständig abbilden auch mit einer rückkopplung zu jira wo wir dann halt die fehlerverfolgung machen über den osando allen link aber jetzt würde ich gerne auch an timo übergeben der baut uns auch ganz konkret erklären wie der change control management prozess heute funktioniert also wie schon erwähnt also wie schon erwähnt jira beziehungsweise das sr devops sind eigentlich die gesetzten tools wo die kollegen dann ihre user stories definieren und auch die ganzen dateien ablegen und wenn dann die user story soweit ist dass man sagt okay man kann sich jetzt an die realisierung dran machen dann wird durch eine setzende status in der user story wird dann quasi die schnittstelle angetriggert die läuft alle drei minuten bekommt dann im kommentarfeld einen link kann dann mit dem link direkt abspringen in den solution manager ins system und es wird dann automatisch über die schnittstelle ein änderungsantrag angelegt so definiert ich habe schon eingangs gesagt dass man diesen streams arbeiten dass dann auch change manager und die ganzen rollen release zyklus so vorbelegt sind dass ich genau dass es genau passt für den stream und die change manager rolle haben wir so definiert dass das eigentlich immer ein interner mitarbeiter sein muss das bedeutet auch externer kollege kann zwar im jira eine user story komplett fertig erstellen aber der änderungsantrag im solution manager kann nur durch einen internen mitarbeiter freigegeben werden dort wird dann ganz normal getestet und so weiter und wenn dann das ganze live geht dann ist es so wie die mir schon gesagt hat dann erfolgt die rückkopplung über die schnittstelle das heißt in das jira ticket werden dann die release nummern werden hinterlegt das release datum und auch die transport aufträge werden reingeschrieben mit der die entwicklung dann letztendlich auch die produktiv umgebung gegangen ist genau das heißt man hat hier eigentlich eine volle transparenz und gegenüber den wirtschaftsprüfern ist man auch jederzeit auskunftsfähig welche entwicklung mit welchem transport auftrag dann letztendlich realisiert wurde die man hat es am anfang schon erwähnt wir haben vor kurzem an lessons learn termin gehabt wo wir darüber gesprochen haben was haben wir erst mal implementiert in diesem einen jahr seit dem change control management live ist für die svk landschaft wir haben darüber gesprochen ob wir uns organisatorisch verbessert haben ob wir uns technologisch verbessert haben aber ich denke das kannst du am besten erklären was da die wesentliche aussagen in diesem termin waren genau also die wesentliche aussagen waren zum einen hat man eine sehr gute transparenz und zwar ich habe ja meine änderungs dokumente im solution manager kann dann jederzeit auswerten wie weit bin ich eigentlich mit meinen entwicklungen sind die vom status in entwicklung sind sie bereits zum testen oder sind sie vielleicht sogar schon erfolgreich getestet das heißt ich habe hier eigentlich eine transparenz welche entwicklung sind offen ja vielleicht schon über längere zeit wo man auch nachhaken muss werden die überhaupt noch benötigt oder kann man die einfach zurückziehen es ist auch so dass wir weniger fehler haben beim import in die produktiv umgebung stichwort ist eigentlich die downgrade protection wo dann eigentlich bevor der eigentliche transport erfolgen kann nochmal prüft ob es konflikte gibt zum beispiel hinsichtlich überholern wo dann der entwickler noch mal drauf schauen muss ob das auch wirklich passt also die anzahl an rc8 kann man eigentlich in einer hand abzählen kommt eigentlich sehr sehr selten vor durch die steuerung zb der technischen rolle change manager haben wir wirklich die hoheit über das system in der vergangenheit hat jeder sobald er einfach fertig war mit seiner entwicklung transportiert ja was mich auch zum nächsten punkt für thema release management sagt man wir haben jetzt drei release zyklen davon zwei täglich sechs uhr morgens und 18 uhr abends das heißt ist dann auch schon über die schrittstelle vorbelegt im änderungsantrag welche entwicklung mit welchem zyklus dann produktiv gehen soll und sag mal vor dem charm prozess haben wir quasi wild transportiert sag ich mal ja das heißt wir haben vereinzelt transportiert nicht gebündelt das hat einen großen nachteil also zum einen führt das natürlich zur unruhe im system wenn ich jetzt alle fünf minuten oder alle zehn minuten wieder was neues transportiere kann man eigentlich nicht von einer stabilen umgebung sprechen und zum anderen ist es auch so dass ich hier ein konflikt bekommen kann hinsichtlich der transportreihen folgen sag mal habe ich jetzt ein release wo jetzt 80 transporte warten bis es losgeht der solution manager kennt die richtige reihenfolge also da kann es eigentlich nicht zu überholern kommen weil von der logik die care scender das ganze nach klasse nach programm nach objekt und so weiter und bestimmt dahingehend die richtige reihenfolge dass auch wirklich nichts schief gehen kann also das ist eigentlich das fazit das positive was wir jetzt gezogen haben ja nachdem wir jetzt schon ein jahr was sie schon wieder live sind vor allem auch keine medienbrüche mehr also wir fangen in jira an mit mit der user story diese geht drüber ins change control management voll spezifiziert mit allen feldern die notwendig sind schon vorbelegt so dass der change manager direkt loslegen kann wir haben hinten noch mal die rückkopplung richtung jira mit der information wann ist welttransport eingegangen und parallel dazu noch mal die rückmeldung richtung base it wo auch die changes dokumentiert sind genau das gleiche mit mit asia devops und wenn man als test management denkt dann noch mal ein defekt management aus dem solution manager mit jira spricht wo alle defects zu den entsprechenden user stories gelingt sind und dann wiederum im fehlerfall wieder den change prozess im solution manager geht das war auch ein wichtiger punkt dass das wir festgestellt haben das sorgt für mehr entspanntes arbeiten am ende des tages weil bei den entwicklungen die dann täglich bewerkstelligt werden in dem projektumfang sind diese aspekte glaube ich sehr zentral und sehr wichtig ich persönlich habe gelernt es ist wichtig auf die prozesse immer wieder drauf zu schauen es ist wichtig sich immer wieder gedanken zu machen wie kann ich mein application bei solchen menschen prozess optimieren sei es prozess management oder change control management es gibt immer stellen wo man was optimieren kann und man weiß ich nicht mehr davor schauen im gegenteil wenn man wissen was investiert dann bekommt man die ende des tages prozesse die einfach durchgehend ist die transparent sind und für alle die beteiligt sind auch ein stund weiter bequem was wir auch gelernt haben wir sollten keine angst davor haben dass da ein ekosystem von tools sich entwickelt ein gegenteil es ist wichtig zu sehen welches das haben wir auch mit dem link gemacht und nicht zuletzt es der persönlichen manager ist ein tool das uns alle wichtige abgleich schon leistungen menschen und bereiche unterstützen kann und deswegen setzen wir weiterhin auf das tool und beraten auch unsere kunden entsprechend auch wenn wir wissen dass sich die zukunft ändert dass wir dort vielleicht mit anderen durch konfrontiert sind heute für eine es wochaner implementierung bietet uns der special manager die beste weg zur kiste sagen wir mal und deswegen ist das die richtige wahl glaube ich dann die muss vielleicht für dich noch mal zusammengefasst was hast du in unserem projekt gelernt also die kollegen sind auf jeden fall sehr zufrieden mit der aktuellen lösung wie gesagt wir haben jetzt durch die stückstelle keinen großen systembruch mehr braucht sich auch gar nicht mehr sap selbst anmelden klickt einfach auf den link etc hat auf jeden fall die zufriedenheit und die akzeptanz gesteigerter das ist so meine wahrnehmung vielen dank also ganz toller erfahrungsbericht projektbericht es gibt eine frage aus dem zuschauerkreis gibt es denn keine langfristigen release zyklen bei euch fragt der zuschauer mit dem augenzwinkern macht ihr da alles zweimal täglich also es gibt natürlich noch einen dritten zyklus das sind dann eigentlich die themen sagt man wirklich neuland sind ja also wo man etwa ein bug fix etc sprechen ja wo man sagt die sind jetzt auch nicht dringend und können warten da haben ein zyklus wo man alle drei wochen drei wochen einspielen genau super dankeschön dafür für die beantwortung wie sieht timo wie sie wie siehst du denn jetzt dieses thema solution manager abkündigung und transformation in richtung möglicherweise andere lösung was ja bestimmt auch eine meinung zu oder ja gut ich sag mal als die als die arbeitskollegen es gehört haben ja dass der menschen abgekündigt wird hat es erst mal für ein stückweit unsicherheit gesorgt nach dem motto ja jetzt sind wir ja quasi erst auf den prozess umgestiegen ja jetzt wissen wir in paar jahren wird sich hier mit der form gar nicht mehr geben ja was machen wir dann dann müssen wir schon wieder was neues angehen ja aber ich denke wie überall ja der fortschritt ist nicht aufzuhalten und ich hoffe einfach ja dass man dann mit dem alm dann auch eine adäquate lösung dann bekommen kann ja wir haben noch eine frage was sind eure erfahrungswerte mit der nutzung des testfalldesigners im soulman durch den fachbereich kannst du dazu was sagen timo wir hatten jetzt den abnahmetest durchgeführt war schon mal ein umstieg ja da hat man auch noch weitere unterstützung um testunterlagen schulungsunterlagen etc durchzuführen aber ich denke ja nachdem die kollegen zwei drei testfälle dann auch bearbeitet hatten ja war es dann auch keine größere challenge mehr sagt man am anfang ist natürlich neues design andere oberfläche abläufe ja aber ich denke wenn man sich da ein paar mal durchgeklickt hat durch das system dann kommt man auch gut damit zurecht also auch da besteht hoffnung timo ganz herzlichen dank nochmal für deinen erfahrungsbericht mira für deine ergänzungen aus der partnersicht und dann sage ich danke an euch auch liebe zuschauerinnen und zuschauer also danke an euch tschüss ja dankeschön wiedersehen ja 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 ja